Vorhang auf zum Ersten für eine neue Verhandlungsrunde. In Brüssel diskutieren die Staats- und Regierungschefs mit Theresa May über den Brexit. Vorhang auf zum Zweiten für die Sondierungsgespräche in Bayern. Die CSU tastet Gemeinsames und Trennendes bei Freien Wählern ebenso ab über den Grünen. Das sind unsere Themen um 23 Uhr in Phoenix der Tag.